20.02.2022, der Filwo ist in Monschau beim Treppenlauf und wie man hört und sieht bei bestem Sauwetter. Es geht nicht in den Ort, wir fangen direkt hier vorne an mit den Treppen. Die erste haben wir, aber es geht ja nicht nach Anzahl, es geht nicht nach Kilometern, es geht nach Höhenmetern. Wir dürfen nicht nach Hause, bevor wir nicht tausend Höhenmeter haben. So läuft das hier. Heute ist es länger und gar nicht. Wie es meinte, ja. Die zweite Gesamte. Ja. Und wieder runter. Bergab ist auch nicht so einfach. Ja. Ja. Und da haben wir ja noch ein Meter in drei Wochen gedockt. Genau. Oh! Das war prima! Live und in Farbe, kommt ein Fernsehen. Hier haben wir Bachlauf. Hier ist die Oberstimmstation, dann haben sie in der Notaufnahme Ultraschwein gemacht. Halbzeitpause. Erst habe ich den Anschluss an die zweite Gruppe verloren. Jetzt sehe ich auch die dritte Gruppe nicht mehr. Das kommt davon, wenn man nochmal einen Euro Pfand aus dem Gebüsch holen muss. Dann laufe ich jetzt Freestyle für mich alleine. Ja. 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 Ja.